hey hallo leute willkommen zurück zu medlarms mit domi wird hier ist aufgaben gelaufen wird hier ist aufgaben gelaufen ja ich habe hier ich habe mir die eine die wir über sie nicht mitgenommen haben geholt und er ist zum shop gelaufen genau und wir holen uns jetzt den stufe 2 kontrollknüppel er braucht einfach ewig bis er mal fokus hat und ich glaube nicht dass wir für mich ist aber städtigen nicht zurück warum kann es jeder gleich machen ja das das wäre was das ist jetzt nichts ist das oder je nachdem welcher kontroler das hat sich ja ausrüsten kurz nachdrucken der schuldzeitkontrollknüppel arbeiten schneller und sorgt für eine stärkere panzer und ist ihm ist feuernd wenn grüne anzeige aufleuchtet okay dann gebe ich zurück wobei ich ja sagen muss dass playstation und also sony und und nintendo völlig fein für mich die einen haben symbole die anderen haben buchstaben alle xbox ist einfach mal so aber genau wir nehmen einfach die buchstaben von von nintendo und denken uns einfach eine andere reihenfolge aus beziehungsweise ist ja nicht mehr wirklich andere rein vergessen die gleiche reihenfolge nur vertauscht da wo a sein sollte ist b und da wo b sein sollte es a und so seltsam aber macht man das also trotzdem seltsam wenn du nintendo kontrolle für dieses spiel benutzt ja aber das einzige was da gleich ist das kreuz beziehungsweise sie sind wirklich aber falsch ja bestätigen mein kreuz ist unten bestätigen und x ist rechts bestätigen bei der x ist doch kreuz ja du meinst mit x kreuz aber das war das auf dem playstation controller sind ja symbole also kreuz kreis viereck und dreieck und auf dem auf dem auf dem auf dem nintendo bringen sind ja buchstaben ich weiß nicht warum ich das gemacht aber ich habe ich habe ich gerade schon gesehen und der hat uns komplett ignoriert wenn ich komme nicht hoch also der macht viel schaden der nicht ganz so viel schaden hat er schon hatte der typen schaden ich habe nachgeladen ich weiß doch nicht was aber ich habe nachgeladen endlich nachgeladene beine auch was glücklich okay weiter geht's muni brauchen wir nicht das ist wieder Na, unsere Beine. Kannst du die nochmal hecken? Ich glaube, der Pinöpel ist nicht mehr dran. Oh. Dann schieb ihn den Pinöpel einfach mitten in den... Gut, lassen wir das. Brauchst du jetzt vom letzten Part nicht recyceln, Domi. Doch, ich find die lustig. Da sind noch zwei gewesen, wenn wir uns doch eine 250 Abkürt kaufen können. Da oben liegen noch mehr. Alter, guck dir die anderen. Wenn man auf einfach spielt, ist das einfach lächerlich. Sieben Leben liegen hier rum, oder? Sechs Leben. Mit den drei Leben, die da hinten noch in dem anderen Raum waren. Und da oben liegt auch noch... Es ist ein bisschen lieber, überzüglich, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber auf Steinmutter hättest du, würdest du rumholen, was du kein Leben kriegst. Auf Steinmutter bin ich so oft schon gestorben. Wer hätte vielleicht doch auch normal spielen sollen. Ich werd's nicht mehr umstellen. Weil die Steuerung halt wirklich nicht gut ist. Würde ich am PC spielen, würde ich auch normal spielen. Ich würd' dich vernünftig ziehen können. Nein, du bist so von Dark Souls gewöhnt, dass du ständig auf Fresse kriegst, du würdest auf Steinmutter spielen. Oh ja, natürlich. Ja, klar. Oh, das hat nicht funktioniert. Das hat besser als erwartet funktioniert. Überraschendweise macht diese MG-Hort echt Schaden. Ich meine, die hat Stufe 3. Die Stärke wird die nicht. Das war die komische Lache. Ist die gehört? Ist unter uns der Shop. Oh, nein, der ist. Moment. Ist das da rüber und dann da hoch? Kann der hier nicht sicher sein? Nein, nein. Hörst du die Musik? Ja, ich bin nicht. Hier drüben! Moment, was? Ja, du! Hey, was? Was macht ihr hier? Warte mal. Was? Aber ihr seid doch 10 Meter. Was? Die sind wie Sands. Und das hier sieht aus wie ein Secret. Also, was heißt Secret, aber extra Raum. Ja, klar, war ja ein Chip drin. Habt ihr besondere Angebote? Und falls ja, hasse ich euch. Das ist halt Munition, ne? Hm, dann haben wir das. Das ist auch Gebenwürfer. Nein. Nein. Es ist einfach der gleiche Shop für unten. Das ist ja was, der Shop noch mal. 5 Meter weiter. Ja. Ich mein, überhaupt nicht. Ja, die sind ganz nett, aber es ist das erste Mal. Warum? Gehen wir weiter. Hm, verwirrende Sache. Tschüss. Oh, ich dachte, wir waren da unten. Nein, weiter nach oben. Nein, weiter nach unten. Hallo. Danke. Nein, weiter nach oben. Nein, weiter nach unten. Okay, komm schon. Komm, spiel, komm, spiel. Komm schon. Oh. Niki, sneaky. Irgendwelch ist nie wovon die sind so in 25 dran. crushes gehen, v wei aus! Es geht wie aus. Ausweichen, ausweichen! dass die gut muss in und nachladen es geht nicht schießen wir einen anderen blocken zu dir gucken sowas von her und dann verwechseln so dass du quasi mit dem arsch das ist das dass du quasi auf der brücke stehst du und freckst du dir herkommt genau block ihn her und dann trägt auf der brücke hier im raum ist dann soll ich auf der warum das steht immer mit dem rücken zu zu wird es wird nicht funktionieren der muss ich bleiben ich bin dafür es funktioniert er kommt da nicht mal her kommst du jetzt rüber junger mann komm in dein zimmer aber pronto du räumst sofort mein zimmer auf ich weiß doch eine kronote dankeschön es klappt ich kann zu bitte weg das kriegen wir hin das kriegen wir hin 1 nein nein und die beine garten doch oft ich habe hier gefühlt ich habe die können die blutzen diesen serie hat so bitte stehen bleiben genau da wo du bist kannst du bittet man nicht gewandt werfen sagst du es so einfach ja du bist auf eine maur auf die worte deswegen leid leute ich werde wird demnächst austauschen ist das beste falle sein ich entscheide mich betätigt noch nicht es ist gut dass er mich gehört hat was wir sagen wir sagen sie noch nicht oder sagen sie noch nicht ich nehme dann ab sofort bewerbungsgespräche haben also erstmal bewerbung und danach gibt es die beine so gut es ist nicht so gut wie vorher auf die armen beine zu schlagen wir haben schwer genug meint ja mir schaden wird die jetzt auch schwer genug wenn ich nicht wüsste was ist nächstes passiert ich bin auf einfach so schlimm wissen ich wollte gerade sagen wir spielen doch auf einfach also was soll schon passieren ja drücken wir den schalter würde ich sagen was soll schon schief gehen kannst du bitte er hat sich repariert das ist ein anderer könnte doch der andere sein oder oh was ich hätte die gar nicht bekämpfen müssen ja aber hätte ich sie nicht bekämpfen ist wahrscheinlich auch kein oh fuck okay wir müssen sie irgendwie treffen ja das wäre für mich raketen werfen nicht wir nehmen ich denke ich ich glaube ein seiner arm ist ja ja kapum wer der arm geht natürlich wie es einfach kaputt steht die munition fasste aus oh gott alles ruhig mein freund einfach stehen etwas selber stehen was habe ich das nicht getroffen euch ich hasse es oh was ist mit dem passiert ich hatte nicht einfach so ein ganz kleines segel dazu ja dachte ich mir was was ich glaube auf normal oder schwer sind die zwei von denen ich hätte nicht zwei in erinnerung gut das wäre es nicht ganz so schwer ja aber das war ja noch nicht challenge jetzt geht der bohrer hoch und da kommen noch zwei ich habe jetzt hier stehen so sterbe ich wahrscheinlich besser ist es okay okay oh gott ich will sie nicht erst mal hoch hin oder so hoch der das ziel oben ist glaube ich ziel was ich würde überhaupt ein und ist das ziel und deswegen würde ich erst so rennen hier oben ist das ziel naja gut du hast es schon gespielt ja fast sicher dass hier unten erstens der tod lauert ja das ist ein langer bohrer ja ein großer bohrer hoch gehen ich hoffe du machst du eine zeitraffer und machst lustige musik drauf nö wozu weil es lustig wäre warum ist hier unten nix ich dachte mal ein chip vielleicht ist auch chap nein glaube ich nein wir müssen die ganze Zeit bringen ich glaube so sicher da ist einer ich glaube wir gehen wieder hoch naja gehen wir hoch ich habe mich vielleicht ganz oben einer weil hier sieht es einfach noch weiter weg aus hier waren wir schon hier waren wir schon hättest du dich ja jetzt erinnere ich mich oh 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 das ist ja so funktioniert ich dachte ich wünsche jetzt einfach wegen der seltsam schwerkraft weg und da haben wir uns auch lustige musik wobei ich mich jetzt frage ich bin ich bin ja handwerker und ich habe schon oft kaputt bohrer gesehen so mitten so mitten am gewinde war noch nie ein bohrer bei mir kaputt das ist nicht schlechtesten aber auch der mitten am gewinne ist unwahrscheinlich das ist das gut ist ob er kann ich ja auch ich muss auch viel zu viel schaden das würde für den laser sondern du in tags ist zu stark gewachsen benutzt was heißt die zu stark auf völlig legitim gefunden das ist wahrscheinlich war das ist wie weit geht das noch weil wir eigentlich überhaupt nicht weiter oder natürlich wieder nichts so kenne ich meine bohrer oben nix unten nix mittendrin solche risse genau genau ich habe mich jetzt auch perfekt ja aussteigen mich hier aussteigen oder wollen wir drüben aussteigen ich weiß es nicht nicht der bohrer ein aufzug wollte sogar drunter springen da ist so eine blaue granate ja ich habe ja was genau ich habe bei dem ich mir so viel ist aufzug wahrscheinlich war das war doch noch nicht alles hier oder ich kann doch diese netz habe ich was die hier treiben ist so ein riesen bordern loch da unten graben die bombes merken auch vielleicht waren in den startrampe für raumschiff kann das sein ich gebe nicht aus aber glaube ich bin einfach schaufeln im satin diesen buch geboren ja ja warum küsst du das ich dachte das ist rein und nicht aber weißt du was ich war schon das hast du zuschauer gespeichert zu was du hast gesagt du warst du hast du schon spoilert oder will ja das erklärt dass ich hier nicht hin will dass ich nichts mehr ist kommt schon leute kann mir erzählen witz neu ja 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 doch 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 wenn dann los ich bin lustig zahner zum patienten das kann jetzt ein bisschen wehtun patient kein problem zahnarzt ich habe so drei jahren ein verhältnis mit ihrer frau er sei noch ein nachrichten nachrichten den typen der mir meine daumenjacke geklaut hat du kannst dich warm anziehen das ist wahr ich meine das ist tatsächlich lustig kein geld für uns es ist er jetzt zu ende ich glaube das level ist hier zu ende singst du vielleicht ich bin ein genie oh warte was oh nein vielleicht ich bin ein geschützt ich glaube ich muss nicht fahren hast du geglaubt brauchst du noch ein paar gute witze nein weil der party ist vorbei drei chips übersehen wo da und da ja faszinierend na egal auf jeden fall danke fürs zugucken das war zu diesem part tschüss tschüss ich bin